Ich bin Ralf Berning. Ich leite die Region Westeuropa für CHG. Internationales Agieren hatte für mich immer schon einen großen Reiz. Aber das ist auch eine riesige Herausforderung. Verschiedene kulturelle Hintergründe und Arbeitsweisen müssen von mir berücksichtigt werden. Workflows an die Länder angepasst werden. Der Markt verändert sich täglich und Entscheidungen werden immer komplexer. Auf der anderen Seite werden unsere Tools, mit denen wir arbeiten, immer smarter und vereinfachen Prozesse. Kunden, Partnern und Mitarbeitern an vielen unterschiedlichen Orten gerecht zu werden, erfordert von mir stetige Präsenz. Zukunft erfolgreich zu gestalten benötigt eine moderne Infrastruktur. Diese muss sich uns anpassen, damit jeder seine individuellen Stärken entfalten kann. An jedem Tag. Effektives Arbeiten erlaubt mir, meine Zeit selber einzuteilen. Das ist für mich Basis, um erfolgreich zu sein. Vielen Dank.